Hallo zusammen, heute möchte ich euch mal einer meiner Lieblingsprodukte vorstellen von der Firma Fitness Authority, Napalm, Booster mit 400 Milligramm Koffein für maximale Leistung, maximalen Pump, wenn ihr euch mal müde und geschafft fühlt nach einem langen, harten Arbeitstag oder auch mal nicht ausgeschlafen seid, eine halbe Stunde vor dem Training einnehmen und ihr werdet Leistungen im Training erzielen und das Training richtig hart durchziehen können. Also, das Projekt findet ihr bei www.faslep.pl. Haut rein, probiert es aus, wir sehen uns!